Weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass dein Hund taub ist. Yuka hört nichts und dadurch kann ich sie nicht rufen. Aber ich kann sie anstupsen, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Durch den beeinträchtigten Gleichgewichtssinn ist sie manchmal etwas tollpatschig. Gleichzeitig ist sie aber super entspannt bei lauten Geräuschen und interessiert sich natürlich auch nicht für fremdes Hundegebell. Und wenn wir mal Besuch bekommen und jemand anläutet, dann bellt sie nicht. Auch volle und laute Orte machen ihr gar nicht zu schaffen. Yuka ist ein super souveräner Hund, der ein bisschen in ihrer eigenen Welt lebt und es gibt überhaupt nichts Schlechtes daran.